Gleichgültiger warten, als ich es tat, geht gar nicht. Eigentlich kann man gar nicht gleichgültig auf etwas warten. Man ignoriert es einfach, bis es eintritt. In meinem Fall eben die Ablehnung schreiben. Obwohl ich souverän das System durchschaut hatte und meiner Meinung nach die allerbesten Bewerbungen aller Zeiten geschrieben hatte, ging ich davon aus, dass mich niemals jemand einstellen würde. Unter keinen Umständen. Mein Vater schien dieselbe Meinung zu vertreten. War er in der Vorbereitungszeit aufgeblüht und während ich Bewerbungen schrieb, hellauf begeistert und voll flammender Überzeugung gewesen, so schien er jetzt in der Wartezeit ausgebrannt und abgelöscht. Wie der Inhalt einer Urne bei einer Sehbestattung. Mitläufermäßig hatte sich meine Mutter ebenfalls an unsere Meinung gehangen. Sie ging sogar noch einen Schritt weiter, da sie annahm, dass sich nicht mal jemand die Mühe machen würde, zurückzuschreiben. Wir also vergeblich warteten. Gleichgültig oder nicht. Meiner Schwester war meine Lage gerade herzlich egal, da sie selber zusehen musste, Land zu gewinnen. Sie war drei Jahre älter als ich, aber schlau genug fürs Gymnasium gewesen. So trat der obskure Fall ein, dass wir trotz des Altersunterschieds gleichzeitig mit der Schule fertig werden würden. Während ich mich allerdings halbseitig gelähmt von meinem Schicksal und meinem Vater überrumpeln ließ, nahm sie die Zügel selbst in die Hand. Mein Vater wollte, dass sie eine Ausbildung bei der Stadt machte. Also seine Kollegin wäre, sozusagen. Sie wollte studieren. Er wollte, dass sie während des Studiums wenigstens zu Hause wohnen blieb. Sie wollte in die große, weite Welt. Für die große, weite Welt hat es nicht ganz gereicht. Sie würde voraussichtlich in Osnabrück studieren. Das war nur knapp 23 Kilometer entfernt, aber deswegen zu Hause wohnen bleiben würde sie sicher nicht. So ganz konnte ich ihren lautstarken Auseinandersetzungen über Barvölk, Miete, Rückzahlungen und hier und da nicht folgen. Daher schien Kerstins Zukunft auch, je nachdem wer sie schilderte, super rosig oder düster wie das Leben einer einbeinigen Straßenprostituierten zu werden. Ich jedenfalls fand sie ziemlich cool. Wieder Erwarten meiner Mutter traf schließlich doch noch die erste bewerbungsrelevante Post bei uns ein und Wieder Erwarten vom Rest der Familie war es kein Ablehnungsschreiben, sondern die Einladung zu einem Einstellungstest. Gebrüder Tietgemeyer, GmbH und KUKAG Als allererstes musste ich nochmals in die Arbeitsamtdatenbank gucken, da ich keine Ahnung mehr hatte, was das für eine Firma war und als was ich mich da beworben hatte. Unsere Unternehmensgruppe gehört zu den international führenden Unternehmen in den Bereichen Befestigungstechnik und Fahrzeugbauteile. Rund 500 qualifizierte... Ach, das konnte ich auch später noch lesen. Der Einstellungstest lag ja in weiter Ferne. In den nächsten Tagen kam ich mir vor wie Harry Potter. Ständig flatterten an mich adressierte Briefe ins Haus, was sonst nie vorkam. Jeden musste ich unter den lautstarken und dämlichen Kommentaren meiner Familie öffnen. Diesmal ist es eine Zusage. Eine Million Euro Grundgehalt. Quatsch, ist eine Absage, das sieht man doch schon von außen. Trommelwirbel! Die meisten Absagen konnte man an den großen Briefumschlägen erkennen. Da wusste ich gleich, dass meine Bewerbungsmappe drin war und die schickten Firmen nur zurück, wenn sie einen nicht wollten. Zumindest die Firmen, die sich einbildeten, so eine Art Samariter zu sein. Der arme Junge! Ach Gott, oh Gott, der arme Junge! Den stellen wir hier in tausend Jahren nicht ein. Aber wir schicken ihm wenigstens ein bescheuertes Foto zurück. Herr Witz brauchen, für die eine Million Bewerbungen, die er noch schreiben muss! Die restlichen Firmen schickten einfach nur ein standardisiertes Ablehnungsschreiben. Oder einfach gar nichts. Aber es waren ja nicht alles Absagen. Bei 50 Bewerbungen waren sage und schreibe 5 Einstellungstests und 2 Vorstellungsgespräche rausgekommen. Ein Erfolgsprozent von 14%. Die Kandidaten für die Klapsmühle, die mich direkt zum Vorstellungsgespräch eingeladen hatten, waren die Druckerei Rasch, bei denen ich mich nur beworben hatte, weil meine Oma dort in der Nähe wohnte, und das Hotel Van der Falk. Ein total edler Superschuppen. Zumindest machte er von außen den Eindruck. Aber wenn die mich einstellen wollten oder es zumindest in Erwägung zogen, war es vielleicht doch nicht so gut, um sie bestellt. Vielleicht waren sie aber auch einfach nur neugierig und wollten wissen, wer hinter diesem sagenhaften, dämlichen Foto steckte. Ein bisschen hatte das Foto auch was von einem Lustknaben. Vielleicht wollten die mich, getarnt unter der angeblichen Ausbildung zum Hotelpagen, als Sexsklaven an einen mongolischen Ölscheich verhökern. Würde schwierig werden. Schließlich hatte ich mich als Koch beworben. Die 5 Kandidaten, die mich erst auf Herz und Nieren prüfen wollten, bevor sie sich herabließen, persönlich mit mir zu sprechen, waren die Stadtwerke Osnabrück, die Stadt Osnabrück, wo auch immer da der Unterschied sein sollte, Tittgemeier und Kokagi, die Molkerei Paul Mertens und Stork. Ja, die Stork. Die, die Riesen und Nimmzwei und Toffifee und Schokoküsse und wer weiß was sonst noch so herstellen. Auch wenn die Jobbezeichnung langweilig wie sonst was klang, vielseitige Tätigkeiten erwarten sie. Berechnen und Abfüllen von Zutaten, Warten und Bedienen diverser Maschinen, Verpackung und Verschickung der zahlreichen Produkte, war in meiner Vorstellung alles klar. Fressen, fressen, fressen! Wenn ich schon keine tolle Ausbildung bekommen würde, dann sollte sie wenigstens im Schlaraffenland stattfinden. Als allererstes musste ich aber zu den Stadtwerken. Fachkraft für Abwassertechnik. Weil ich keine Ahnung hatte, wie ich mich darauf vorbereiten sollte, ließ ich es einfach bleiben. hier vier person ländern. Wenn das herum ist, Wir geben sie das auch zur Verfügung. das überhört.